ja ja was geht er macht mir ein schaden marie 25 kratz wer das retter gehen auf schützen los ja ich war ein bisschen mehr unten wenn die noch gegenseitig auf sich losgehen weiß noch nicht wo sie jetzt geht sie auf uns los wenn man hat irgendwie nicht gefallen und wie bewegt sich jetzt irgendwo hin wo ich sie gar nicht erreichen kann würde irgendwie lachen wir den wie einige der gegner irgendwie auch die auf die bosse losgehen würde erledigen würde ich weiß noch wie ich in den frühen haus ist ja werde auf die egel allein gespielt habe und spiel mit einer ballista auf die mitte losgang der mit der maps also eine ballista normalerweise bei einer datter drin ist meine ich habe ja selber will dann einfach die mit ihr abgeschossen außer sehr gut wusste mehr steht immer noch da oben jetzt geht sie da rein das ist mir ein bisschen zu krass gerade also welchen dagegen schon wieder machen und drei bis fünf nämlich auf den messer gerade damit ich war ja nicht weit von den an ich möchte hier hingehen soll mit sicherheit zu sein aber ihre stärke hat augen wie nachgelassen habe ich so geführe ne ich war auch mal stärker habe ich so den eindruck da war ich denn keine empläme geben kann nichts machen wir mit denen das war ja auch irgendwie nix irgendwie zum hinterlassen und daher ist jetzt irgendwie nicht wichtig hier selber irgendwie auf die gegner loszugehen oder ich bin ja auch ehrlich gesagt nicht sicher wie das funktioniert weil ich ja immer neue klamotten ich glaube nicht die sachen die ich letztens in der schatze bekommen habe ob ich die irgendwie für mich bekommen habe oder so ich habe sie sind einfach weg gewesen ich bekomme ja immer neue sachen von naja wollen sie nicht weiß ich werde funktioniert ja es ist so komisch gemacht in dem spiel er ist aber ich bin ein getot als war doch viel los geht es töte den denn 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 ich meine versuch soll ich sonst mit der machen gerade okay so wie dazu ach man wird martin ja du hast eine gute treffer chancen ja ich habe schon fast sagen ich lasse die märer hier kann man sich um alle da ist da oben da soll ich da reingehen ach das näher ist zu wenig mit ihr jedenfalls ach ich bin also diese treffer chancen wenn jemand trifft der vernünftigen 31 31 ich fertig mache 92 prozent kollege mann ich glaube hier muss ich gleich tanzen ich glaube ich muss ja tanzen dieser da war jetzt nicht so tolle gerade ja okay uns hier der verfolger nun genauso wenig wie mit dingen man kann es alles für die charaktere die irgendwie nicht betreffen können sie nimmt ja nicht so viel schaden mehr doch ich mache das gar nicht tanzen ich war ein bogen schützen ja kaputt ja aber du bist relativ low den ja ich glaube wir müssen ein überleben hat dreck 30 aber du hast du hast du hast mehr resistenz dazu angefasst verteidigung so und du machst 26 schaden gegen 7 doppeln würde ich muss ihn jetzt treffen ich glaube uns geht es gut hier außer ja wir müssten eigentlich in sicherheit sein ja in diesem zug jedenfalls ich warte nur nicht dass diese verzerrten weibern da sind wenn wir alles ruinieren jetzt bin ich mal gespannt was david tibera gleich passiert hatte ich konnte auch nicht los das war nicht soweit aber sie kommt jetzt auch auf uns los dabei gehen nach oben rechts ich bin die weibern irgendwie auf die anderen heute hier los weil ich glaube ich nicht mit dem dann schaden ich komme aber weil ich gesagt nicht so schlecht wenn angelockt haben da sie allerdings eingesetzt wenn wir es richtig machen würden da auch fragt ich hätte mich nicht dort ich war mir jetzt richtig anstellen dann könnten wir beide königin eigentlich erledigen ach ich hasse hat ja weil sie ist auch nicht mehr so weit entfernt gerade es war viel zu und hat sich gerade okay sie im kreis uns jetzt hier wahrscheinlich hier sonne so ihr habt spitze ja ihr macht immer eingefroren ehrlich eingefroren ehrlich so kann man nur nach rechts bitte nun alle nach rechts gerade ich würde am liebsten die gegner ja noch ein bisschen ausweichen ich weiß jetzt in reichweite von ja warum hat sie so eine riesige reichweite sie ist in reichweite von madeleine aber ja was gab es für mich dann an aber sie ist sowas von tot wer hat meine team wäre ich kann natürlich auch tanzen ich werde ja nicht rauskommen lebend und dem er ist einfach zu nah an uns kann ein einziger was ich jetzt noch machen könnte es jetzt einfach auf die beiden los zu raschen sie wird das nicht überleben glaube ich du hast eine donnerachse oder gehst mit blitz auf uns los gottes bei ist nicht gut 34 x 2 und sie hat eine resistent von 24 selbst auf fallen selbst auf vollen ap ist sie tot ich wünsche ich könnte die kamera ganz drehen 1 2 aber erst auf feuer aber im nächsten zugs ab weg 1 2 3 4 5 6 7 verdammt genau an dem punkt ehrlich was ich machen könnte ist ich können sie an der kann sie nicht die muss ein reichweite von gegnern sein mit einsetzen zu können dass wir mal den zu kennen neue machen ist natürlich sie als erst bewegen das habe ich tue ich da irgendwie perfekt jetzt gerade eingekreist erst einmal noch mal die rest hier sind zwei rüstungsleute die krieg erledigt da habe ich glaube ich brauche gregory jetzt zum ganz töten folge so minimalen plan gerade jetzt hier noch mal die rest da hier 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 Das ist so wunderschön ich kann entweder sie dahin packen damit sie von denen getroffen mit sogar doppelt kugel sie ist auch tot und sie auch hier rein das ist auch gerade nicht gut platziert warum man möchte jetzt rettung hätten wir ja so gut gerade in diesem moment ich kann aber suchen den dachen abzuschließen immer den weg hat man sehen sicherheit ich finde die dachen sind ehrlich gesagt nerviger als andere das war da machen wir auch da war ich glatt glaubt das war das was wir machen die finde ich ein bisschen nervig so jetzt müssen wir uns ja um navigieren ich glück abgeht die meere irgendwo anders sind solche mit einer stärkung einsetzen recht bestimmt jeden jahr ja natürlich auch noch anlocken können der potenziell eigentlich perfekt gewesen dafür das erwarte ich glaube das machen wir auch donneraxt 21 vor gar dort nicht so eine hohe richtig hier einfach perfekt bald und statt hier machen dann bringt dann nix ich glaube das ist das beste was ich ja gerade machen kann da war und kleinen dialog mit vogal aber die meere schon mal aus dem weg dann dürfte eigentlich so funktionieren das ist so einfach sein wird aber du kannst du mal versuchen die allerdings wie soll ich das machen immer näher macht die leute da alle weg immer geht nicht nicht ich mache das doch haben wir schon gesehen das sind ja nix anschauen solange es nicht verstärkt zum direkt rechts von mir kommen okay wie mache ich sie am platz ich glaube ich muss den jahren setzen ja Oh, ja. Ja, fällt mir. Lass mich noch irgendwie sie erledigt, ohne irgendwie drauf zu gehen. Natürlich haben die sich jetzt ja alle bewegt. Ich krieg es aber trotzdem gerade. Ja, das ist natürlich etwas merkwürdig jetzt hier, ne? Fogado, ich brauche dich. Ich glaube, ich muss ja eigentlich nicht festhalten. Ich muss ja eigentlich nur, na, na, na. Ich muss ja noch einmal treffen, ne? Ich muss ja geschwächt werden. Ich glaube nicht, dass ich sie festhalten muss. Ich muss nur dafür sorgen, dass sie irgendwie kaputt geht. Das ist eigentlich gar kein Schaden, ne? 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 Ja. Nein. Das ist einfach, dass ich das nicht trank habe. Nein. Also noch, da sehen wir ihn nicht. Nein. natürlich reicht das nicht aus mann das ist jetzt ein bisschen merkwürdig 39 den schaden ich habe da gibt es jetzt nicht mann er hast du mit 90 prozent daneben gar und man hat gibt es einfach nicht ja und die kaputt ich habe 98 prozent immer mit 90 dann hat die dann nehmen ja das wäre jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig 1330 ja liebsten mit beiden jahren gehen aber ich glaube wird nichts 76 du machst 36 schaden 12 also oder so mit dir hat kein dialog zwischen dem 1 da ist ein bisschen merkwürdig ja ich spreche sie kann man dann reicht aber immer noch schnell oder dahin habe ich extra meinen links ja dann an ich kann dir einsetzen ja so du wir nehmen sieben schaden du machst 15 schaden 15 geschwindigkeit irgendwie ist es schneller mit dieser lanze der perfekt genau bereichnet alles hier mehr leute ja nicht von männlich und weiblich zu unterscheiden es ist die haarfarbe rassistisch es ist die ja was das angeht perfekt ist so wie geplant so hier allerdings war ich habe mich perfekt hier positioniert sondern sie wird aber nicht fragen ist im dinge ja sie wird glaube ich gar nicht getroffen so gut wie ja ich hoffe sie überlebt hat 12 23 sie wird nicht gedoppelt okay ja sie wird das überleben so und dann noch hier ich habe vielleicht ein spiel ausrüsten ja du verstehst nicht ich bin du ja 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 schien mann wenn ich würde alle irgendwie so gut geschält und wir hatte auf leben und tod kämpfen mit der all den so wir haben ja überlebt gerade das magier der macht sie sort von platz ich bin außer reich weiter ich bin gerade knapp aus der reich weiter machen wir den ja da muss ich jetzt irgendwie schaffen auf all die loszugehen sie kommt jetzt mit ding zum ecke jetzt so los hat er jetzt habe ich sie angenommen muss irgendwie auf sie losgehen sie hat sich außerhalb von ihren dachen bewegt sehr gut jetzt nur so ein lang stecken angefertigt ich muss den kampf jetzt in der nächsten runde erledigen geht nicht anders ein relativ schnelles kapitel ja heute kurzes kapitel meine ich hat er mir auch kann ich kann auch effizient spielen wenn ich will auch ein schlag was geht von 0 schaden besser egal muss irgendwie jetzt auf die anderen losgehen ja freiwillig und so ich glaube nicht dass ich irgendwie gespräche irgendwie so freischalten kann ja im moment aber ich glaube nicht dass ich aus ihrer reichweite rausgehen kann auch mal hier aber ja da muss ich jetzt irgendwie reingehen aber du bist perfekt platziert gerade und das meine ich nicht sarkastisch da war nicht recht gesagt als erstes muss ich treffen sie kann ich konnte weil sie gewitter ausgerüstet hat auch im reichweite sehr cool müsste eigentlich klappen in dem zug was ich als erst mache ist ich muss aber auch treffen wenn nicht werfe hat ja meinen gesamten plan über den laufen das muss ich nur einige leute hier so platzieren das war kurz der wachen so hier solchen 12 ich gleich drauf geachtet aber sie hat irgendwie so sagt die irgendwie resistenz gegen ding sind ich habe mal einige andere charaktere noch hin hehehe 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 halter na hat ein sehr also sie kann sich fertig machen wenn wir in dialog sehen ja ja sie haben ja 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 Das war's für mich. okay du machst sie glaube ich fertig war der cat von vogal aber so gut gerade 9 api müsst ihr noch abziehen ich mal kurz ich will auch noch mal gern mit sie mit ihr reden werden auch sonst niemand mehr nämlich mann passiert nichts mit na gut dann machen wir aber so dann hier tanze von und tanzt es nie dann sind denn 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 die mann nils denken aus bei einem m7 klein baden junge so was haben wir uns denn zu sagen gar nichts ich mache keinen schaden wegen dem so 824 die überlebt hat sogar die kennt man nicht da liebst du mich auch hier wenn du dann am leben bist die tonne den dämonen drachen anbeten warum hat sie noch mal gesagt steht auf mich oder in dieser welt und hat sollen den dämonen drachen angebildet sie kann ich konnte mal sie gebieter ausgerüstet hat ich bin dazu klasse das hatte ja wohnen und wie erst mal ich kann sie von hier aus treffen dann kommt ja noch mal habe ich genau die unterhaltung bekommen nicht ich geplant habe zu sehen finde ich gut finde gut wenn alles hier läuft gehabt wie ich mir ausgedacht habe ich habe noch alle kacken erziehen charakter 1 2 3 4 5 6 7 8 19 ich verstehe ich weiter mit dem spiel immer auch manchmal einige kapitel sehen voll einfach aus sondern am ende voll schwer das kapitel sah unglaublich dann findest du mal dran da gab es auch unglaublich schwierig aus aber war voll schuldig anscheinend sondern nur ihr beiden loch verulich jr du 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 jr du ist wir sehen schon mal anders aus die skier-to-me-jahr das ist das da ist der vorkaue nach der war nicht aneinander kater ist der roten manche von einem war wohl zu wollen das teleport hat nach ins gesicht es war ein überraschendes kapitel aber jetzt kommt irgendwie noch anders nein ok cool acht züge das war glaube ich so war ja nicht anderthalb stunde nur ok muss man ja auch mal haben wenn man hier nicht irgendwie auf erfahrungspunkte achten muss oder so macht dann schon alles das das die Was ist das so? Ich bin mein Liefer! Ich werde das dein Vater verletzen! Ich habe das nicht geregelt. El-Sama, in der Hassard-Könne, in der Hassard-Könne. Ich habe den Geist-Könne, und verletzelt. Es war sehr, Möb. ist einfach so vorbei ich bin ich besten typen wie sie gleich bitte was alter ist wie krass hat er in einem stück da kann er mir aufsagina site echte ich muss hier okay ok eiskalt Ah, zu spät. Ja, zu spät. Ja, zu spät. Aber dann verzerrte. Ah, komm schon. Und jetzt ist sie nicht mehr so eine böse Person. Das war so eine gute moralische Herausforderung, die man den Spieler irgendwie, von dem man den Spieler stellen konnte. Außer sie erfindet das jetzt hier alles. Ja. 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 Ja, vielleicht trägt sie uns nur aus. Ja. 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 das ist eine blöde windung finde ich hätte ein spiel irgendwie voll vor so eine moralische herausforderung irgendwie stellen können was betrifft halt jetzt wird alles wieder natürlich so gedreht dass sie wieder was gutes getan hat da man hier nichts mehr vorwerfen kann und so eine da macht es schon wieder ein bisschen langweilig so Ich wollte dich nicht mehr sehen. Wenn die anderen hier kommen, dann wäre ich so gut. Meeh-san, das ist so... Ir-sama. Du bist sehr nett in diesem Welt. Ich weiß, dass ich mich als ein Körner der Körnerin bin. Ich habe mich überrascht, und mich überrascht. Ich habe mich über die Worte zu sehen, und habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, und habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. Ich habe nur noch einen Moment gehabt, und ich habe nur noch einen Moment gehabt. Ich habe nur noch einen Moment gehabt gehabt. Ich habe auch gesagt, dass ich wieder zurückgekommen habe. Ich habe auch noch etwas zu sprechen. Ich habe auch noch einen Moment gehabt. Ich habe mich wirklich gegründet. Ich habe mich nochmals lieb. Ich habe mich sicher, dass ich mich nicht liebte, aber ich hatte einen Ratsch, Ich habe mich sicher, dass ich an der Stelle auf dem Wissen. Ich habe mich nicht im Wissen, sondern ich habe mich nicht gerecht. Ich habe mich noch nicht geschaut. Ich denke, dass ich mich überraschend hatte. Wenn ich mich daran schluss habe, wenn ich mich daran hatte, Ich bin nur hier, weil ich mich daran meldete. Ich habe mich daran, dass ich mich nicht mache. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht. Aber ich kann mich nicht so richtig verstehen. Entschuldige, dass ich existiere. Wenn man mich nur anpustet, sterbe ich, also für mich ist alles so gefährlich. Alles klar. Ich weiß nicht, dass ich nicht. Ich glaube, dass ich nicht. Ich glaube, das ist auch so. Meine Damen und Herren, ist es schwierig zu sein. Ich habe mich nur schwer zu sehen, aber ich habe mich einfach zu sagen. Ich habe die Was? Shinryu-sama. It's the answer, is it? Hi. What? I got it. You're surprised? I asked if I didn't catch you. It's unfortunate, but... I'll say goodbye to you. I'll die again. I can't tell you why. I can't tell you. I've got the chance to see my soul in this DLC. I can't tell you what I can do. I can't tell you why. I can't tell you what I can do. I can't tell you, I'm going to be doing my best. I can't tell you that. I can't tell you what my sister's best to deliver. I'll save it. Ah, Kich... Ue... Jäkse oänjiro. Chikara okakušu, daši nuk, korošu. De...でも... Omaeにはできるはずだ. Walea... Omae kosoが光景にふさわしいと思っている. 二人の刀よりも... Also... Der hat jetzt die ganze Zeit nur auf den Arm genommen. Dieser Sack... Also... Er jetzt ja der Böse... Der Dämonenerbe. Kapitel 5. Wir spielen direkt weiter. Ich meine, das Kapitel war relativ kurz. Von daher... Was dagegen hätte ich ehrlich gesagt nicht. Anato no seo ma mori続ける daro oka... Ootach wa nogura suki eta... Yuki no joni... Suna no joni... Das ist schon mal von dir. No colu wa misitta betzjinka... Namo shiranu itoshiki monoka... Saritote... Kano mono wa sitte il... Mir hätte ich jetzt auch gesagt. Einer kennt die Wahrheit. Omae no jume wa... Kana wa nai... Okay. Ihre Kana... Iii... Omae no jude... Ja... Kana... Hint... Die... Die... Omae... Kana... Wierter... Kana... Mokka... Kana... Mokka... Kana... Das... Kana... Kana... Es gibt keine Ahnung. Ich habe mich verletzt. Ich weiß, was ich mit dem, was ich mit dem, was ich verstehe. So... so ist das? Das stimmt, Moob. Die Liebe ist ein Wichtiges. Ich weiß, was ich verstehe. Gregory, hast du Angst? Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, was ich. Wie ist das, Madeline? Was? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Definitiv, ja. Ich bin... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte, dasselbe, 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 dasselbe. Es ist der Unterschied, dasselbe. Es ist kein Problem. Der Geist ist der Geist. Der Geist ist der Geist. Ich kann das auch verstehen. Ich kann das auch verstehen. Ich würde sagen, dasselbe. Danke. Danke. Aber ich glaube, dasselbe, 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 dasselbe. Wir werden nicht mehr, dasselbe. Wir sind nicht mehr. Wir sind. Ich habe alle gehalten. El? Du bist schon gut? Ja, danke. Ich habe das Gefühl, dasselbe. Ich habe das Gefühl, dasselbe. Ich habe das Gefühl, dasselbe. Sie sind mal anders. Ich habe das Gefühl, dasselbe. Ich bin nicht in der Lage, dasselbe. Ich bin in der Lage, dasselbe. Also, welches die ganzen Welt竜ge getan haben, ich konnte, dasselbe. Ich möchte, dasselbe. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich bin auf die Sorge. Die mich auf die Sorge. Du sagst, wenn du das sagst. Du bist, dasselbe. unhöflich naja was das angeht ich bin vielleicht tot also schon wieder also ja mal schauen wie dazu abläuft ne so 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 Ich habe keine Idee, aber es ist mir wichtig, dass es mir für mich nicht einstehbar wird ... Umher going, ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen sind ... Hil, ich habe mich nicht unbaut, aber ich habe mich nicht überrascht lassen, dass ich mich nicht so schwer aus wie ich habe kämpfen wahrscheinlich hat er nicht einfach gesagt wir haben die geklaut wenn wir auf uns losgegangen hey exactly as plant all according to cake ich hab voll beiseite geschoben werde gelesen die jetzt sehe ich jetzt bin ich euch mal mit geht der hauptcharakter ja hey was geht okay Meine Frau, aber ich bin nicht so schwer, dass ich mich nicht zu retten kann. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich嫌se bin. drüber gelaufen dann haben wir euch gesehen Ich glaube, es ist das eine große Herausforderung. ... und ich bin so ein Kind... ... und ich habe das ganze Zeug mit, oder? Der Herr sogar noch in anderen... Der Herr oder anderen Freunde... ... störtlich, dass ich mich, den ich verletzte... ... und der Rest ist... ... du, nur nur... ... ich verstehe... Das war's für heute. Oh, warte. Stimmt, ja. Okay. 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 Ich bin gespannt, wie er hier weitergeht. Ehrlich gesagt, da bin ich. Ich bin wieder zurückgekommen. 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 Jetzt aber ganz ehrlich, da ist ein bisschen gemein. Das heißt, ich bin wieder gefangen, bis ich das Kapitel abgeschlossen habe. Meine Ausrüstung und Emblem sind da sowieso gescriptet. Von daher macht das doch gar keinen Unterschied, ob ich jetzt hier rausgehen kann oder nicht. Da können sie mich aber direkt rauslassen. Ja gut. Dann werde ich aber definitiv hier die Charaktere offscreen auswählen. Ich werde mich vorbereiten. Und ich weiß, was ich machen kann. Ich kann ihm Micaiah geben. Und aller. Ich kann ihm Micaiah geben, damit er Stäbe ausrüsten kann. Dann kann ich sie hochheilen. Ja. Aber wie. Ja. Auch schon sehr unfaire Startpositionen. Wenn man ehrlich sein darf hier. Wir sind natürlich noch Schatztruhen. Das heißt, ich bin schon da einkommen. Ja. Und ich merke jetzt erst, dass wir irgendwie so Wölfe irgendwie so Insektenzähne haben. So 28. Und er bricht mich auch jedes Mal. Das haben wir nicht zu dem Dingswechsel, was ich definitiv machen werde. Aber dann doppelt er mich. Aber der doppelt mich so oder so. Nee, tut er nicht. Ich bezweifle, dass ich allein mit dem sein werde die ganze Zeit. Ja gut, aber das war es dann für mich heute in dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich hier meine Charaktere herausgepickt haben. Und mit der Startposition überlegt haben. Und Strategie und all sowas. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Kapitel wieder weitergeht. Gott, dann bedanke ich mich für das Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Lass mir bitte doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Tschüssikowski.